Ja und damit herzlich willkommen zurück zu Wolfenstein der New Order, Endspurt meine Damen und Herren, Endspurt. Ähm, ja, ich will mal vorsichtig, also vorsichtig soll ja schon das nächste Projekt ankündigen. Und zwar wird das vielleicht sogar der Werksfeuerwehr-Simulator sein. Der 2011 habe, jawohl. Das wäre das Problem. Der Hubschrauber ist bereit, wenn Sie es in Platz um sind. Sobald Sie mit unseren Leuten aus der Basis raus sind, fliegen Sie rein und gabeln Sie auf. Okay. Da hinten ist nix. William! Was ist passiert? Nachdem Seth uns aus den Zellen geholt hatte, wollten wir auf eigene Faust ausbrechen. Gut Sie zu sehen, Blazkowicz. Schön Sie bei uns zu haben. Wir müssen raus hier, Leute! Lauft! Schnell! Lauft! Schnell! Lauft! Lauft! Schnell! Lauft! Schnell! Oh mein Gott! Dieser Fahrstück hier geht's lang! Ja! Ja! Ach! 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 Loki! Hihihi! Yololo! Bausi! Wir holen dich da raus! Und dann verschwinden wir! Es muss auf dieser Welt auch noch einen Ort geben, wo man leben kann und wo man glücklich sein kann! Ganz bestimmt! Aber nicht für dich und nicht! Aufzug General Totenkopf! Die Katzin überspringe ich jetzt nicht, weil sonst weiß ich auch nicht. Moinsen! Was machen Sie denn da drin? Einen alten Freund besuchen? So einen Besuch habe ich wirklich lange nicht mehr bekommen. Ja Freunde! Finale ist absolut! Finale! 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 Ja! Ich kenne Sie! Wir sind uns schon begegnet, aber heute ist es sicherlich das letzte Mal! Garantiert! Weitere ich mich我要 beij bahset! Kappten Blazkovitsch! Das war immer noch inneren-mäßig. Nach all den Jahren! Ich erinnere mich an ihren Freund. Zu gerne tue ich das, und wie ... wie ist das bei Ihnen? Oh mein Gott. Oh. 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 Okay, wir haben unsere Waffen verloren. Wir haben keine Waffen mehr. Oh. 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 Sucht der General. verfliegt und zogen es so so sicher steckt Ja, der Moment ist ein bisschen traurig. Ich werde dich töten. Totenkopf. Kann das sein, dass der General Bissifer wunkt ist? Was gibt es denn? Was ist das? 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 Das interessiert man nicht. Was ist das? 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 Das war das. Ja, jetzt wirft du die Bomben ausgerechnet. Wenn du nicht da her wirst. Oh-oh. Bist du teppert, das Print? Au! So, jetzt werden wir mal schön gemütlich alle Kisten durchsuchen. Zumindest die, die wir noch mal durchsucht haben. Zum Beispiel die Metallkisten. Ne, die gibt keine Art, sehr gut. Also die Kommentare, kann sich da Piče Pesković sparen. So, ich glaube, jetzt haben wir alles. Jo, ist so das. So, jetzt im Prinzip. Endspot. So. Jetzt haben wir die Potschweine runtergenommen. Komm her, wir knurren gehen. Komm her. Noch. Das war's. Das Messer ist bereit. Gute Wahl, Käpt'n Blazkowicz. Das ist ein guter Jager. Bis 14. Einatmen. Bis 14. Ausatmen. Ich werde nie vor Ihnen niedergeblieben. Oh Gott. Dann werden wir die Gesine stehen. Ja, jetzt ist es amtlich. General Totenkopf ist besiegt. Gen. Die Katze und den Abspann. Käpt'n. Wir sind auf Position. Atomkanone geladen. Kann ich feuern? Eine mächtige Frau mit Fackeln. Euren Flamme der eingefangene Blitzstrahl ist. Und die Name Mutter der Verbanden nortet. Gebt mir eure Müden, eure Armen, eure geknechteten Massen, die frei zu atmen begehren. Den elenden Unrat eurer gedrängten Küsten. Schickt sie mir die Heimatlosen, vom Sturme Getriebenen. Hören Sie mich, Kästen. Kann ich feuern? Ja, das war's mit Wolfenstein, den New Order. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen. Ich kündig schon mal das nächste Projekt an. Und zwar wird es wahrscheinlich vielleicht der Wex-Feuerwehr-Simulator 2011 sein. Vergesst nicht zu abonnieren. Dann gehen wir nach oben los. Kein Smarter los, wenn es will. Und folgt mir auf Twitch. Bis dann und danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Miriam almighty. Tschüss. Wie? Du. Ich habe Menschen gefallen. Junge Abend lindo fåcken. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube Oh, oh, oh I believe there's an answer waiting When the day is done I believe if you just keep searching you'll find someone I believe that you and I just lost our way And I believe in a beautiful day I still believe in a beautiful day But not for me And not for you I know you tried I tried too Sometimes all our dreams just don't come true I believe, I believe, I believe, I believe I believe, I believe, I believe, I believe I believe in a beautiful day I believe in a beautiful day I believe in a beautiful day Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020